moin heute kommt endlich das grüß video weil ihr habt mir unter ganz unter ein video wo ich euch das gesagt hat dass ihr jetzt in die kommentare schreiben dürft ob ihr gegrüßt werden wollt also dass ihr eure namen rein schreibt und jetzt grüßen wir euch und dann würde ich sagen wir fangen an und es sind ungefähr 215 kinder die wir jetzt grüßen dürfen oder 215 leute und jetzt fangen wir an einmal die julia annabelle chantal noch meine annabelle laura katie kaisi nein das ist ein t äh sara marie alice anna tina lenny emma lea hedi anja lea jule fiona sarah kaya und henrique dann die lena s annie wiki alina jamie lara cecil soe navacho und helene naemi helena katia selina ina matilda lily jette lisa julia ernestine machen wir hier ein kreuz drauf dass man das haben wir gelesen dann die rückseite amelie naomi lena nieke jule dana sophie merle joelina anna kassi 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 die camp silvia silvia lisa fasold joan joan sophia pia alina silvia lily alicia die wette anna und elisa die hat bei mir gewonnen genau charlotte michelle noch mal charlotte alina julia gemann nicht okay dann noch eine annika julia gimpel isa mara lara lena anna bell johanna was heißt das moni rebecca nadine alexandra leila maya annika emelina jolina johanna und was heißt das hanna irgendwas mit hanna irgendwas mit hanna v e hanna oder wo hanna okay irgendwas mit hanna also alle wo hanna heißen seid euch gekriegt wir können die eigene schiff nicht lesen das war das schmerz weg dann jule lea sarah maya marie oder maria emelie und leonie marie vanessa lara antonia jasmin melanie charlotte charlotte und mehle mariello und nele mariella vanessa madelaine charlotte marie mariella mandeln clara lilly lily lilyen lillienne milliam maria mir黑点 der dias denise denise dänise in denise denis dep Bringt υopl burnen bis pil strange diebahn vertferinde uns wirst kern perdre worden wir sind die Plus Nike, Lina, Hanna, Ramp und Simia. Genau. Dann die Martina, Nessa, Laura, Jasmin, meine Namensvetterin, Paula, Marie, Fini, Julia, Selly, Nele, Vivienne, Anna, Anni, Chiara, Mia, Jana, Laura, Hüttel, Fabienne, Jule, Elena, Kaya, Christine, Eva, Mona. Halt ein Kreuz machen. Ich lese das nochmal vor. Dann Charlene, Domi, Helena, Maria, Pamela, Lena, Ippensen, Marissa, Laura, Hanna, Sarah, Alina, Leopold, Lina, Lina I oder Lina L. Dann Sarah, Alexa, Lea, Céline, 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 Kimberly, Jasmin, Lina, Marie, Marvitz, Anne, Fiona, Tina und Luis. Warte, ich mach da gleich ein Kreuz. Ja, die Seite müssen wir aber noch. Dann die Lina, Amelie, Anita, Leni, Tessa, Milena, Emily Preller, Svenja, schon wieder eine Jasmin. Leider hatten wir nicht so viele Nachnamen, das ist etwas schade. Sophie, Maria, Céline, Luisa, Leonie, Greta, Darlene, Chiara, Lena, Lili Sünder, Jolene. Was heißt das? Beke. Beke, Jolina, Anni, Selina, noch eine Selina und Vivienne. Ja, das war's mit dem Blatt. Dann kommen wir schon zum letzten Blatt. Und zwar Jael, Holzer, Melina, Tuana, Melanie, Wein, Marlene, Kim, Liane, Lea, Jule, Alexia K., Leonie, Annika, Lesse, Eva, Jasmin Ebner, Jule, 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 Lena, Marie, Aklam, Aline, Fuchs, Anna plus Fabu, Jael, Holzer hatten wir schon. Ah, okay. Katze, Kate's Life, Leonie, 6343, XXF, XXF, XF, Franzi, Leander, Leandra, Sophie K., Jolina Weber, Naemi und Anna. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch alle aufgeschrieben und vorgelesen haben und keinen vergessen haben. Das wäre jetzt mega schade. Ja. Und dann wollen wir natürlich noch zwei ganz besondere Menschen grüßen, die wir wo kennengelernt haben? Bei den German Friendships und die waren auch mega nett. Und zwar ist das einmal der Christian und einmal der Peter und die wollen wir einfach noch grüßen. Ganz herzliche Grüße von uns. Ja, natürlich an euch alle. Genau. Ja, jetzt haben wir ja euch alle gegrüßt. Wir hoffen natürlich, dass wir euch alle dabei haben. Es waren jetzt 215 Stück oder so und insgesamt drei Blätter. Also ja, das ist echt schon cool. Und wir hoffen jetzt, dass wir euch alle gegrüßt haben. Und ja, habt Freude daran, dass ihr euch jetzt gegrüßt habt, dass ihr in meinem Video seid. Und ich hoffe jetzt, oder wir hoffen jetzt, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Einen netten Kommentar in die Kommentare zu schreiben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch gerne unten auf dem roten Button machen. Jetzt ist er noch rot. Wenn ihr es dann macht, ist er grau. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Bye! Tschüss! Mama macht jetzt noch ein Tunnel mit euch. Ui!